Wissensfloater und Co. Was heißt nun und Co.? Gemeint sind qualifizierte Lehrfilme, die nicht auf PowerPoint-Basis erstellt wurden und die nicht mit lesbarem und gesprochenem durchgehendem Text versehen sind. Gemeint sind vollformatige Kurzvideos mit besonderer Lehrintention oder erklärte Animationen. Diese und Co. Videos werden meist von Fachleuten und Experten mit besonderer Lehrqualifikation erstellt, z.B. Hochschulangehörigen, Einzelpersonen, Meistern oder Lehrern. Filme ohne Erklärungen und Imagefilme werden nicht akzeptiert, weil sie nicht der Lehrintention entsprechen. Ebenso nicht personalisierte Vorlesungsmitschnitte, MOOCs und Science Slams. Das Einstellen von Videos und Co. erfolgt ausschließlich nach Maßgabe von iat-internet-ausbildung-technik.de nach Kings. window Vielen Dank.